Volker Kluwe ist Polizeipräsident von Hannover. Er ist uns jetzt aus unserem Studio zugeschaltet. Er hatte von einer konkreten Gefahrenlage gesprochen. Welche Hinweise gab es? Ja, wir haben uns natürlich heute auf das Spiel auch vor dem Hintergrund der Ereignisse in Paris und auch des heutigen Fahndungserfolges gründlich und akribisch vorbereitet. Und in der Phase haben wir zunächst einen vernächtigen Gegenstand im Bereich des Stadions gefunden, der sich aber als harmlos herausstellte. Und nachdem die Tore geöffnet waren zum Einlass in das Stadion, hat uns ein ernstzunehmender Hinweis erreicht, dass im Stadion heute Abend ein Sprengstoffanschlag geplant ist. Wie war die Polizei auf eine solche Situation vorbereitet? Naja, klar. Wir haben natürlich in der Vorbereitung mehrere Szenarien für uns durchgespielt. Eine Evakuierung war natürlich auch mit dabei. Und in diesem frühen Stadion, die Tore waren erst seit ca. 20 Minuten geöffnet, haben wir uns natürlich sehr schnell entschlossen, nicht weitere Menschen in das Stadion zu lassen, sondern das Stadion sofort zu räumen. Gab es Zwischenfälle bei der Evakuierung des Stadions? Nein. Das ist also alles reibungslos verlaufen. Die Menschen haben unseren Anweisungen Folge geleistet. Das Stadion ist mittlerweile auch leer. Da schließen sich jetzt von uns natürlich Folgemaßnahmen an, zu denen ich allerdings im Augenblick konkret noch nichts sagen kann. Wo sind die Fans denn jetzt? Haben sie sich einfach über das Stadtgebiet verteilt? Sind sie in Sicherheit gebracht worden? Wo sind die holländischen Fans? Also sowohl die Mannschaften befinden sich in Sicherheit als auch die offiziellen. Und den potenziellen Besuchern haben wir gesagt, sie mögen den Großbereich des Stadions verlassen. Und unser gut gemeinter Ratschlag ist, nach Hause zu gehen und sich in den Wohnungen aufzuhalten. Sie sagen es gerade nach Hause. Was empfehlen Sie denn den Anwohnern in der Nähe des Stadions? Es gibt keine konkreten Gefährdungslagen für die Anwohner in der Nähe. Was wir im Augenblick vermeiden wollen, sind größere Menschenansammlungen, beispielsweise in U-Bahn-Stationen, auf Bahnhöfen oder im Umkreis des Stadions. Und deswegen schicken wir die Menschen nach Hause. Gilt die Gefahrenlage denn dann auch für öffentliche Verkehrsmittel? Denn auch dort gibt es ja Menschenansammlungen. Also die Hinweise, die wir hatten, bezogen sich konkret auf das Stadion. Was wir nicht wissen, wenn wir von der Ernsthaftigkeit ausgehen, was diese potenziellen Attentäter dann ersatzweise planen, dazu können wir keine konkreten Einschätzungen abgeben. Und deswegen nochmal der Hinweis auf dem schnellsten Wege, sich nach Hause zu begeben. Dankeschön, Volker Kluwe, Polizeipräsident von Hannover.